Das ist meine Gewürzmühle, meine Standardmühle, wo eigentlich alle meine Gewürze drin gemahlen können. Es hat ein Keramikmalwerk drin, ein unverstellbares Keramikmalwerk. Unten sieht es so aus. Es hat einen Aromadeckel, den man drauf tun kann, dass auch das Aroma enthalten bleibt. Und den Mahlgrad, den zeige ich jetzt gerade einmal schnell. Das ist jetzt vom Pfeffer, damit man das ein bisschen sieht. Ich blende dann noch ein Foto ein. Und beim Salz haben wir auch einen schönen Mahlgrad drin. Hier blende ich auch noch schnell ein Foto ein, weil man es hier fast nicht sieht. Auf jeden Fall meine Standardmühle. Sehr gut für alle Gewürze, die man bei mir im Shop drin posten kann. Sie ist sehr gut. Wie gesagt, ist Glas. Es hat hier gut zwischen 80 und 100 Gramm Platz an Pfefferkörnern. Und hier auch gut 100, 120 Gramm, je nach Grösse des Granulats, hat hier drinnen Platz.